Wir haben mal wieder die Tiefen des Internets durchforstet und die viralsten Produkte des chinesischen Online-Händlers Temu rausgesucht. Ich habe diese dann getestet und war wirklich überrascht, welche Produkte ihr Versprechen halten konnten. Freust du dich auf dein erstes Temu-Produkt? Wir haben eine Waschmaschine für dich. Ich habe direkt schon Strom mitgebracht. Kommt direkt mit Strom gerade mal. Die musst du einmal anschließen und ich gehe dir noch Wasser holen. Wasser? Also ich wasche jetzt selbst? Ja. Also meine Waschmaschine wäscht eigentlich von alleine und nicht, dass irgendwie, oder muss ich jetzt, wie, also ich habe, weiß gar nicht, ich wusste nicht mal da, also, ne, hi. In der Waschmaschine muss man in die Steckdose anschließen. Ich sag's euch, der hat noch nie in seinem Leben selbst gewaschen. Warte, was hast du gerade gesagt? Dass du in deinem Leben noch nie gewaschen hast. Seitdem ich 18 bin, wohne ich alleine und mache mein ganzes Leben alleine. Das hast du mir nicht gefallen. Der Typ. Der Stecker passt dir nicht rein, Josef. Kommt mir an, ich habe noch nie alleine gewascht, aber kriege ich mal einen Stecker in der Steckdose. Ja, weil das zu dick ist. Ja, das kenne ich. Hi. Ja. Hallo. Schön. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine Waschmaschine. Ich wusste, wie bereits gerade gesagt, nicht, dass man so etwas auf Temu bestellen kann. Übrigens, Temu auch der größte Rotz. Wir haben einen Monat auf diese ganzen Sachen gewartet. Und jetzt kam alles vereinzelt an, teilweise nach Essen geliefert oder so. Wir dachten auch, wir kriegen diese coolen, orangenen Temu-Produkte, die man überall sieht. Ne, ein paar Sachen kamen einfach in so Plastikdingern. Das Ding, also Temu verpestet die Luft mit diesen ganzen Transporten aus China, macht es nicht nach. Das ist alles Schrott. Aber schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. Du musst das noch aufklappen. Ne, aufklappen. Das ist ja eine Waschmaschine. Stinkt auch ganz schön. Mach mal Kopf hier rein. Ich bin drin. Ich bin in einer Waschmaschine. Digga, das ist ja so hart an der Seite. Das hat so weh getan. Die Waschmaschine ist am Sprumann geschlossen. Hat auch nochmal gepiept. Wir haben auch eine Anleitung hier drin. Vielleicht braucht ihr einfach Wasser. Scheiß, auf eine Anleitung brauchen wir nicht. Evakuation. Kannst du Französisch? Evakuation. Das heißt Evacuation. Evakuieren. Alex, wir brauchen keine Anleitung. Das Ding hat drei Knöpfe und keiner von denen funktioniert. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere tragbare Faltmaschine entschieden haben, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Personenschäden zu vermeiden. Solltest du Verletzungen oder Schäden an der Ware kommen, lesen Sie bitte die darin enthalten Anweisungen sorgfältig. Ich glaube auch, man sollte da nicht eigentlich seinen Kopf reinschwecken. Harvard Cap, aber Harvard da drin überhaupt nichts. Oh, reichert. Oh, oh mein Gott. Es dreht sich. Es dreht sich. Da drin geht es ab. Ich sage ja, zwei Sekunden halten Sie mal am Start. Also das Ding, jetzt geht es andersrum. Das ist klassischer Waschvorgang. Es geht. Er dreht sich in jede Richtung. Hallo? Haben wir einen Lappen oder so? Außer Alex. Wir haben jetzt hier so einen Lappen, den wir hier reinstecken. Und schau oben. Ich glaube, wir brauchen mehr Wasser. Alex, wir brauchen einfach Motivation. Und lassen jetzt die Waschmaschine machen und wir packen jetzt das nächste Produkt aus. Wir machen weiter mit Haushaltsprodukten, einem wunderschönen Staubsauger. Einen Staubsauger? Digga, diese Waschmaschine. Errat mal, was die gekostet hat. Wenn das jetzt wirklich funktioniert und so sieht es ja wirklich aus, würde ich dem da... Also ich würde dafür locker 50 Euro zahlen. 25 Euro. Mit Versand aus China. Das ist halt Temu, ne? Das ist schon krass, wie das auch schwindet. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert schon gut. Ich habe eigentlich vorgenommen, heute jedes Produkt zu haten, weil ich für so einen Kack wie Temu keine Werbung machen will. Aber das Ding ist wirklich gut. Nächstes Produkt, auf jeden Fall ein Mini-Vacuum-Cleaner. Also ein... Digga, die ist ja Waschmaschine. Ach, das ist Salz. Ach, das soll ich einsaugen. Okay, das hier ist dieses kleine Ding. Glaube wirklich für so Putzfimmel-Menschen wie mich, wenn man irgendwie am Schreibtisch sitzt und man hat dann irgendwie so Krümel, was weiß ich, dann kann man das schon einfach mal so kurz so... Wollen wir vielleicht erst mal wieder die Anläutung lesen, ob das so gehört? Ja, aber was macht dieses Ding da? Das funktioniert ja echt krass. Digga, diese Waschmaschine. Sorry, falls inzwischen durch die ganze Zeit halt dieses... Na, im Hintergrund kommt, ist halt unsere Waschmaschine. Du kannst auch verschiedene Aufsätze drauf machen. Alter, was ist das denn? Dieses Rohr. Vielleicht musst du das ab wieder ab machen. Da, das Rohr drauf. Oh, 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 der Salz kommt oben und wieder raus. Oh, das Salz ist im Getriebe jetzt. Oh nein. Wo ist denn das Salz jetzt hin? Das ist hier drin. Ja, aber hä? Da ist es. Boah, das ist jetzt aber schon lang. Also, würde ich nicht sagen, dass das schon relativ lang ist. Also, dieser Staubsauger ist wirklich... Und okay, die Waschmaschine ist... Also, bisher, ich bin begeistert. Ich wollte es nicht sagen, aber bisher beide Produkte... Gut, ist natürlich Schwachsinn, denn normalerweise hat man halt eine große Waschmaschine zu Hause oder man hat einen vernünftigen Staubsauger und der hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht so eine lange Akkulaufzeit und ist jetzt auch nicht so effizient. Aber für Studenten finde ich ganz geil. Gucken, wie es hier aussieht. Ui. Oh. Sieht was, was hast du für ein Schaumbad? Das ist aber, glaube ich, ein Thema-Produkt, was nicht so funktioniert hat. Weil das sollte... Was denkst du denn? Wie viel hast du denn bezahlt? Naja, das waren 40 Euro, aber ich dachte halt, dass das ein größeres Auto ist und nicht so ein Mini-Ding. 40? Ja, das sah aus wie so ein ferngesteuertes Riesenauto. Ja, ist es. Ja. Cool. Ja, kann der was? Kann der zu wenigstens aufziehen? Nein, das Ding kann nix. Das war halt so krass früher, diese Autos oder so. So, dann hat man so die Hinterräder festgehalten, damit man nochmal so weiter aufziehen konnte. Irgendwann ging nicht mehr und dann ist das Ding bis nach Düsseldorf gefahren. Das ist weit, weil Düsseldorf ist in der Hölle. Oh! Jetzt müssen wir ein bisschen Wasser ablassen. Ich glaube, die Waschmaschine ist durch. Boah, was ist das für ein Schaumbad? Alter. Also vorhin haben wir einfach 10 Minuten Standardwaschen genommen. Wir haben noch 15 Minuten Softwaschen und 2 Minuten Semidehydration. Soll ich einfach mal draufklicken? Nein. Man kann nicht auf Dehydration gehen. Ich glaube, du hast die Waschzeit auf 15 Minuten verlängert, steht hier. Drücken Sie dieselbe Taste erneut, um Waschzeit auf 15 Minuten zu verlängern. Nein, wir lassen jetzt Wasser ab. Ich und Waschi ab zum Waschbecken. Ich mache jetzt einfach mal den Abschluss auf. Nein, da ist doch so extra so ein Ding. Ja, ich sehe es ja. Hier. Oh! Oh! Oh, fühle mich wie an so einer Quelle. Also das kriegen wir jetzt halt nicht raus. Soll ich mal nach dem Lappen fischen? Ach, das war einfach. Da ist er. Ja, riecht nach Spüli. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt hier natürlich einfach nur ein Schaumbad. Wenn ihr euch das mal anschaut. Ja, okay. Gut. Hat man normal, wenn man wäscht, hat man wahrscheinlich nicht so eine Schaumentwicklung. Ich habe noch nie in der Waschmaschine irgendwie beim Waschen zugeschaut. Also der Lappen ist auf jeden Fall sauber geworden. Man muss allerdings auch sagen, der war vorher gar nicht dreckig. Nee. Ah, oh, oh! Minecraft-Block einfach. Es ist lustig, das einmal zwar nicht, ich würde es nicht nochmal benutzen. Dann gehst du mit dem nächsten Produkt, weil du ja so sportlich bist. Finde mal heraus, dass man damit macht. Ähm. Wie steht es da drauf? Ich würde, nee, hier steht wieder nur drauf, dass wenn man Gefahren vermeiden will, dass man das von Kindern fernhalten sollte. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir sind ja keine drei Jahre alt mehr. Für Sonnendingen, das musst du doch nicht nochmal in Plastik einpacken. Oh. So? Nee. Ja, okay, dann für die Beine, denke ich mal. Das ist ein Oberschenkeltrainer. Das sieht wunderschön aus. Das ist krass, oder? Ich fühle mich wie beim Wehensimulator-Video. Ah! 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 Ja, okay, es ist halt so eine Adduktoren-Abduktoren-mäßige Maschine. Ich weiß immer nie, sind das jetzt Abduktoren oder Adduktoren? Nee, das sind Adduktoren, ne? Du siehst, er macht auf Profi und hat aber auch keinen Plan. Nächstes Produkt. Ähm, ich hab eigentlich Vorbereitung für das Kiffen-Video mal geguckt, was es bei Temu so gibt. Da stand einfach, Joint kannst du bestellen. Und das sah aber auf dem Bild nicht nach so einem Plastikding aus, sondern einfach wie halt ein echter. Und jetzt kam das halt an. Man muss halt wirklich sagen, wir haben die Sachen vor einem Monat bestellt oder so. Das hat so lang gedauert. Wir dachten dann halt immer so, ja, welche Sachen könnte man wiederverwerten für andere Videos und so. Wir wollten welche im Kiffen-Video drin haben. So, ja, Luca fängt jetzt an zu kiffen. Dann hab ich so eine Lunte in der Hand. Aber der Geruch ist auch ein bisschen geil. Erinnert ein bisschen an Urlaub. So ein bisschen wie Edding. Nee, das ist so wie so. Boah, ja, wenn du in so einen Laden reingehst, wo dann so Delfine und so Matratzen und so helfen. Ja, das ist auch so wie dieser Sonnencreme-Geruch oder wenn man so Afterlow, Aftersun oder auch dieses, was sind denn noch so Strandgegenstände, wenn man so diesen Geruch so vom Meer, von diesem Salzwasser hat oder dieses Gefühl, du liegst abends im Bett, hast so einen leichten Sonnenbrand, aber hast so diese Creme drauf und so. Das sind alles so diese Strandmomente. Und dieser Geruch ist auch so ein bisschen Pool. Ja, der riecht nach Pool. Riecht halt nach Plastik wahrscheinlich. Der König Elf war freiwillig. Nächstes Produkt, eine richtig geile Smartwatch und ich glaube, die kann wirklich was. Ui, wie teuer war die? Auch 30 Euro. 30 Euro? Sogar verpackungsmäßig ganz gut. Ist sogar schon an. Wie teuer war die? 30 Euro. 30 Euro, das Display sieht so scharf aus wie auf einer Apple Watch. Ja, guck mal, die hat auch so Sensoren hinten drauf. Das ist ja unnormal krass. Hat Sensoren? 30 Euro? Ich trage ja immer meine Rolex hier normalerweise, wenn wir aufnehmen. Die aus dem Kargummi-Automaten. Geruchspackung. Also die checkt auch diese Bewegung für drei. Also wirklich? Das erwartet man natürlich mittlerweile alles von einer Smartwatch. Aber ich erwarte auch, wenn einer Smartwatch einen Preis oder denke ich das, sondern eine Smartwatch so dreistellig kostet. Und für 30 Euro. Geht mal drauf. Habt ihr überhaupt Tasten? Hat hier eine Taste? Ja. Ne, da geht es nur außen an. D-Mode ist enabled. Okay, das ist so Silent Mode. Ich hab Low-Power-Mode. Also einfach Energiesparmodus. E-Cards in die App. Okay, man kann sich anscheinend eine App runterladen, um so seine Dings noch eins zu machen. Vibrieren, etc. Gut, man muss es wahrscheinlich mit seinem Handy irgendwie koppeln. Aber ich mein, bei einer normalen Apple Watch hast du ja auch Funktionen, die man nutzen kann. Man kann von da swipe, man kann nach oben swipen. Dann hat man seine Nachrichten. Zur Seite, dann hast du Apps. Was macht das Herz? Aktivität. Das ist die Aktivität. Alter, der trackt deine Schritte. Ich hab heute sieben Kalorien verbrannt, seitdem ich aufhabe. 140 Schritte? Ja, das ist safe. Vielleicht hat der meine Schritte schon gezählt, als ich die getragen habe. Nein, der kann meine Herzfrequenz messen. Wäre aber auch krass, wenn da jetzt einfach so eine ausgedachte Zahl steht. Ich würde schätzen, yo, 74. Willst du die mal vergleichen mit einer Apple Watch? Also die Apple Watch sagt, ich habe aktuell einen Puls von 69 jetzt gerade. Sinkt ein bisschen. Wir schauen einfach, wie sich das dann so updatet. 72, also so in dem Radius um die 70 rum. Die neue Uhr für 30 Euro sagt 83, 84, 86, 87. Ich meine generell, so vom kompletten Bedienen, die Apple Watch ist einfach, das ist krass. Du gehst hier rüber, das ist so schnell alles mittlerweile. Das Ding ist schon so ein bisschen, das ist halt 30 Euro. Aber ich glaube, wenn man die mit dem Handy verbindet, kann die echt geil sein. Die ist halt extrem leicht, ne? Also wenn du die vergleichst. Die ist halt auch nicht aus Titan. Ja, und diese Ultra, die ist natürlich auch nochmal deutlich größer. Also bisher wirklich, außer der Lamborghini, bei jedem Produkt ist es gar nicht so komplettscheiße gewesen. So, nächstes Produkt, wir kennen uns ja schon mit Taschenlampen aus, eine Multifunktions-Flashlight. Eine Multifunktions-Flashlight. Wir hatten ja letztens schon mal eine Taschenlampe bei den Amazonen. Genau. Aber das war ja auch so ein Markenprodukt. Die war ja richtig krass und die hat, ich glaube, 8 Euro. Ne, sogar weniger. 4 Euro oder so gekostet. Das ist aber zum Hell, oder? Ja. Yo! Oh mein Gott! Wir haben bei der Taschenlampe nicht nur diese Funktion, sondern auch das hier. Das! Ah, guck mal. Nee. Wundervoll. Oh! Und wenn man nochmal drauf drückt, Seitenlicht. Oh, das ist krass. Das ist echt krass. Also dann kannst du irgendwie so rum. Also man hat jetzt eigentlich keinen Unterschied, ob du das jetzt so machst. Das ist auch wieder hell. Oder so dann irgendwie in der Richtung. Aber for real, die Waschmaschine gerade nochmal gepiept. Ich glaube, ja. For real, ich glaube, diese ganzen Sachen, die werden uns beim Campen richtig weiterbringen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch in die Zukunft gucke und es wird beim Campen so sein, dass wir dann die ganze Zeit einfach nur pennen werden, sobald die Sonne untergegangen ist, weil wir so tot sind. Aber ich freue mich richtig auf dieses Campen. Auf dieses Ding freue ich mich schon so sehr, weil das ist wieder so ein Produkt, du wirst es glaube ich hassen. Ich habe das eigentlich bei TikTok gesehen, aber es gab es dann bei TikTok, was da bestellt. Ein Glass Shaver, ich habe keine Ahnung. Das war soundless, also ohne Sound. Also angeblich soll man sich mit diesem Ding rasieren können, indem man das einfach so über die Haut drüber fährt. Hier fühlt sich schon ganz komisch an. Ich würde sagen, heute ist der Tag, wo Alex auch mal ein Produkt testen darf. Sag mal, Alex. So? Ist doch überhaupt nicht an, oder? Das kann doch nicht sein, dass das hier, dass das jetzt Haare entfernt. Ja, einfach durch die Reibung dann oder was. Nimm mal weg. Doch, doch, guck mal, guck mal hier. Ein Haar, weil du das so drüber gerieben hast. Nein, 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 guck mal da auf den Boden. Guck mal hier. Hä? Oh mein Gott. Das klappt ja wirklich. Hä, what the fuck? Tatsache. Alter, ich f*** hier seine Bart, äh, Dings. Hä? Digga, was? Fühl mal. Alter. Das ist krass, oder? Das funktioniert ja auch. Scheiße. Ich dachte, das wird das beschissenste Video hier heute. Alles funktioniert bisher. Jusser, fühl mal. Ey, du fühlst ja nicht mal stoppeln. Das fühlt sich ja wie so ein Babypopo. Was? Du fühlst nicht mal stoppeln. Ey, ich weiß nicht, ob das bei mir mit meinen Südländerhaaren vielleicht... Youssef, du bräuchst dafür zwei Haare. Ja. Digga, fiel mal den Stuhl. Als wenn da jetzt so viele Haare überall sind. Das sind alles Haare. Das sind auch alles Haare. Scheiße. Wie geht das? Ja, also, no more hair growing glaube ich jetzt nicht. Ja, das ist wahrscheinlich Bullshit. Aber auch Soundless Hair Removal, weil ich nicht gestrien hab, oder was? Nee, aber obviously ist es Soundless, wenn da kein Strom oder irgendwas drin ist. Wie teuer war das denn? Drei Euro. Ey, Luca, ich hab was richtig Exklusives. Und zwar gibt das Produkt noch nicht in Deutschland. Es ist ein Apple-Produkt. Es wurde auch noch gar nicht released. Es ist wirklich ein unreleased Apple-Produkt. Das ist irgendein Scheiß. Wahrscheinlich ein Apfel. Wie sagst du Apfel? Das sind die neuen AirPods Ultra Pro. Das ist krass, oder? Ey, derzeit aktuell... Ach, das Ding ist mit dem Kabel. Nee, nee. Natürlich. Ja, zum Aufladen. Halt. Loll. Was sagt der? Ging Jou Lan Yaya Moshie. Nee, haut. Mushie. Mushie. Was ist das hier? Mode? Ging Jou Shoui Moshie. Ging Jou Lan Yaya Moshie. Aber er sagt immer Mushie am Ende. Das hier ist jetzt quasi ein Lautsprecher. Also wie eine Bluetooth-Box quasi. Ich dachte jetzt erstens, es wäre einfach ein Föhn oder so. Und Alex will mich verarschen, weil obviously launcht Apple ja kein exklusives... Obviously launcht Apple ja kein exklusives neues Produkt auf Temu. Deswegen war uns, glaube ich, allen direkt klar, dass es ein Schwachsinnsprodukt ist. Ich bin einfach mal gespannt, wie der Sound ist. Kannst du mal mein Lieblingslied anmachen? Also vom Sound her, wie toll war der? 20 Euro? Ja, kriegt man schon bessere Boxen. Aber so in dem Design und so ist in Ordnung. Schon stark. Also wenn er jetzt über 30 gekostet hätte, hätte ich gesagt, kompletter Schwachsinn. Aber wenn man sich den einfach so ins Regal legen will... Wie einfach gesagt, passt der ins Ohr? Ich habe es nochmal getestet, ich glaube nicht. Beim Sport fallen mehr raus. Das waren auf jeden Fall die Temu-Produkte für heute, meine Damen und Herren. War es nicht kaputt? Ich bin positiv... Ich bin positiv überrascht von den... Ich bin positiv überrascht von den Produkten heute, von der Waschmaschine. Klar, jedes Produkt hat so ein bisschen seine Fehler. So die Aufsätze beim Staubsauger haben nicht richtig funktioniert. Bei der Waschmaschine konnten wir den anderen Modus nicht auswählen. Hier ist der Sound jetzt auch nicht so gut. Lamborghini kam so ein Kackprodukt. Ich meine, was würde man erwarten, wenn man bei Temu bestellt. Aber trotzdem sehr interessant. Das Ding ist auch schon komplett verkratzt. Alex, willst du zum Ende nochmal was sagen? Diesen Rasierer finde ich krass. Den nutze ich jetzt immer, sage ich dir. Ich komme hier nächste Woche mit komplett rasierten Beinen rein. Ich finde ja auch, Staubsaugen macht so Spaß, ne? Jo, es kann Spaß machen. Es kann so satisfying sein, wenn man so einen geilen Staubsauger hat. Irgendwie so Dyson oder irgendwie so kabellos. Ich glaube, ich werde auch so ein Rasenmäe-Dad. Dass ich so Sonntags so Rasenmäe... Sonntags darf man nicht, ne? Ja, genau.